Ah! Geil! Fahrzeuge werden automatisch aufgerüstet. Oh, geil! Wie viel? 1430? Wie viel war es vorher? Keine Ahnung. Scheiße. Egal! Bessere Panzerung ist immer gut. Geil! Vielleicht gehen sie jetzt nicht mehr ganz so schnell kaputt. Oh, jetzt gehen sie auch schneller kaputt. Stot! Oh! Sie haben verloren! Ich starte jetzt das ganze Spiel noch einmal neu. Sie spielen ja erst neun, dreiviertel Stunden. Boah. Und ich habe, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ja, also 20, 25 Stunden werde ich wohl brauchen für das Spiel, ne? Oh Gott. Oh mein Gott. Das wird doch dauern. Und die Mission wird dann wahrscheinlich noch schwieriger werden, ne? Und in der Gamma-Kampagne hat der Feind ja noch ne Überraschung für mich parat. Oder irgendwann, dass ich noch früh genug herausfinden werde. Oh, ich freu mich schon so. Das wird irgendwas abartig extrem Böses sein. Atomic Bomb! Laser! Tote Strahler! Volle Leistung! Todesstern! Alle Tord. Dö-höh. Na komm. Wir wollen diesen Borg-Verschnitt jetzt endlich platt machen. Obwohl, ich bin ja auch eher so. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie weniger so einen Borg, ne? Widerstand ist zwecklos. Ihre Technologie wird assimiliert werden, denn wir forschen nichts selbst. Wir klauen einfach die Atefakten von anderen. Das ist viel lustiger. Und wer stellt es wieder ganz vorne hin? Der Commander! Genau! Wohin auch sonst? Was? 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 Was war das jetzt? Der Schattelbriefkasten! Komm den Jago mit Raketen in die Luft! Das wir den Postboden aber nicht sonderlich freuen! Egal, nicht unser Problem! Oh Gott, jetzt wieder der Berg des Todes! Wer baut seine Basis auf? Die schießen halt einfach durch den Boden durch! Genau! Warum auch nicht? Okay, jetzt wäre das mal alle Verteidigungs... Oh Gott, haben die da viele Lancer sitzen! Oh, die Fabrik ist weg! Die Fabrik ist weg! Hättet ihr jetzt mal die Freundlichkeit, das in die Luft zu jagen? Oh, cool! Dafür habe ich jetzt noch leider keine Zeit! Oh, das sind noch Lancer-Türme und... Oh Gott, der Commander steht wieder ganz vorne! Ja! Genau! Warum auch nicht? Ich... Wo soll das hier auch sonst hinstellen? Artefakt entdeckt! Ein Artefakt? Egal! Macht's halt platt! Macht's halt platt! Und jetzt da hinten... Oh Gott, der Commander... Artefakt wurde gefunden! Ihr sollt da hinten angreifen! Ihr... Nein, nicht die Fabriken! Die Türme! Die Türme! Die Türme! Die leben alle noch! Hättet... Oh Gott, die einen wollen rauf, die anderen runter! Oh mein Gott! Kommt die jetzt schon wieder her! Schieß doch mal jemand! Nein, auf die Türme! Bevor ich jetzt noch mehr Einheiten verliere! Oh, Alter! Ja, Flammenwerfer! Genau! Das ist da hinten dran! Das ist ein Flammenwerfer! Ja! Was... Die ganzen Fässer hinten drauf da ist! Brennbare Stoffe drauf! Da ist kein Bier drin! Nein! Das ist alles für einen Flammenwerfer! So, damit es noch nicht schneller geht! Das soll vielleicht heute noch die Mission fertig kriegen! Berg des Todes nenne ich dich, ey! Oh Gott! Komm schon da weg! Jetzt fahrt er halt weg! Mann! Leben die Commandos alle noch! Sie leben noch! Zwei... Zwei... Drei... Sechs... Einheiten! Drei davon! Drei davon! Drei davon! Also die Wegfindung könnten sie echt mal überarbeiten! Das wird doch so nix! Das wird so echt nix! Das wird so echt nix! Komm eins! Bildet! Ihr... ...reveriert euch jetzt aber schon, oder? Nein! Warum denn auch? Fickt euch einfach nur! Fickt! Ah! Ich leh ins Knie! Ihr dummen Einheiten! Ist das doch nicht wahr! Produktion abgeschlossen! Rückkehr zur Reparatur! Rückkehr zur Reparatur! Rückkehr zur Reparatur! Rückkehr zur Reparatur! Nummer eins! Bildet! So! Jetzt aber! Äh... Äh... Was ist abgeschlossen? Produktion... Produktion abgeschlossen! Hallo! Wo... Wo fahrt ihr jetzt hin? Was soll denn das? Produktion abgeschlossen! Wozu hab ich die Reparaturplattform da gebaut, wenn ihr da eh nicht hinfahrt? Ach komm! Fahrt ihr denn... Ach komm! Fickt euch ins Knie! Mir egal wo ihr hinfahrt! Fahrt hin wo ihr wollt! Macht doch eh was ihr wollt! Dumm Arschlöcher da überall! So, was macht mein Bierfass an nachher? Produktion abgeschlossen! Oh Gott! Ich hab gleich keine Energie mehr! Meine Einheiten blocken sich wieder alle gegenseitig! Ach komm! Wir weisen noch aber zu, dass es noch ein bisschen lustiger wird! Hahaha! Na komm! Wer die heute noch fertig die Forschung? Nein! Na komm! Oh Gott! Ich muss so viel Neues noch erforschen! Fahrzeugforschung abgeschlossen! Cyborgs! Waffenforschung abgeschlossen! Taugen Cyborgs was? Keine Ahnung! Verstehst? Pro... Propylenoxidgel noch nie gehört! Bunker Rad... Bunker! Feuer gegen Bunker! Was? Äh... Das ergibt doch jetzt gar keinen Sinn! Infernoflammenwerfer! Produktion abgeschlossen! Ja genau! Mit sehr hohen Prozenten wollte er wohl eher sagen! Kommt! Das ist doch nie und nimmer a... a Waffe! Das ist... Glas, Glas! Sind da hinten drauf! Oh Gott! Finde den richtigen Commander! Was? Oh das war der... Was? Hä? Auch der falsche... Oh Gott! Oh mein Gott! So seid ihr jetzt wieder vollständig? Ihr seid ja alle repariert? Nein! Dacht ihr mir fast! Okay! Wir fahren jetzt erstmal alle da runter! In der Zwischenzeit können wir unsere Zapfanlage hier noch erforschen! Ja! Na ja! Fürs mitnehmen! Für daheim! Flammenwerfer! Genau! Das sind doch überhaupt keine Bierfässer hinten drauf! Nein! Natürlich nicht! Das sind alles Waffen! Mit magischem Wasser das betrunken macht! Auf magische Art und Weise! Na dreiviertel Stunden da! Das geht noch! Boah! Und ich glaube ich höre nach der Mission dann gleich wieder aufhören! Oder ne? Ja! Ich glaube schon! Und oh mein Gott! Da muss jetzt die Mauer wieder kaputtschießen! Ich will hier an diesen kack Turm kommen! Na also! Geh doch! Komm! Mach die Mauer platt! Ich soll ja die Mauer platt machen und nicht gleich den ganzen Turm gehen! Mit wegreißen! Obwohl! Ich will mich doch beschweren! Jetzt trefft doch natürlich wieder gar nichts mehr! Ihr seid solche voll Pfosten! Ich könnte natürlich auch einfach mal da raufschießen! Grundlagenforschung abgeschlossen! Die Löse! Nein! Nicht dahinter! Hab ich gesagt ich soll dahinter fahren? Ich kann mich nicht erinnern! Und dann! So geht das jetzt zehnmal einfacher! Energieressource! Aber halt echt! Verdammt! Warum bin ich... Och ich bin so ein... Jetzt verkeilt euch halt nicht in jeder Mulde! Ohhhh! Komm! Hopp! Mach das doch noch platt! Macht's platt! Kann nicht so schwer sein, da... Kein von unten im Angreifen! Egal! Eins wird jetzt erstmal wieder gesammelt! Sonst wird das ja eh da nix! So wie seid weit... Wie seid weit ihr mit der Forschung? Ja! Perfekt Deutsch! Ich spreche... Ich spreche im Perfekt Deutsch! Alte! Grundlagenforschung abgeschlossen! Ja! Noch höhere Temperatur! Gebäudeforschung abgeschlossen! Temperatur! Ganz klar! Wattenforschung abgeschlossen! Ja, ja! Da muss man schon aufpassen, wenn man die harten Stoffe nimmt! Oh nein! Da muss ich da oben noch ver... Oh! Da muss ich ja noch mehr Verteidigungsanlagen bauen, wenn da noch ne Ölquelle ist und... Och! Ich hasse euch! Oh! Ich hasse euch! Ich hasse euch dafür so sehr! Oh! Egal! 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 Kann der Fall überhaupt noch irgendwas machen? Nein! Ha! Doch! Er kann mich mit seiner Scheiß-Adlerie beschießen! Die immer noch da ist! Ach! Ich glaub's einfach nicht! Das einzige, was ich bisher noch geknackt hab, sind diese lumpigen Adleriedinger! Zeitwärts! Ach ja, wir haben noch 40 Minuten! Dann bauen wir irgendwie einen Ölturm! Luftabwehr! 2000 Stellungen! Noch ein CB-Turm! Wo auch immer ich die Dinger baue! Doch! Ich glaub, die haben irgendeinen Sinn! Ich hab schon im Moment gedacht, die schießen gar nicht mehr auf mich! Ach! Das wär ja geil! Nochmal speichern, bevor sie halt irgendwas kaputt machen, was die Mission wieder beendet! Was wir ja noch nicht wollen! Oh, komm! So, jetzt das Ding ja noch in die Luft sprengen! Drei fährt schon mal los! Komm! Ja, jetzt in die Luft! Artefakt entdeckt! Egal! Fahr da runter! Oder... Fahr da rauf! Oh Gott! Transporter gegen Armee! Moment! Mauer gegeben Erfahrung! Richtig! Das hab ich jetzt fast vergessen! Sprengen wir die Mauer noch in die Luft! Ah! Das hat jetzt beinahe wieder... Moment! Die Luftabwehr steht auch noch! Die muss ich auch noch in die Luft sprengen! Hab ich das auch vergessen! Eieieiei! Wieso sagt mir das denn keiner? Das ruft ihr mich nicht an! Feindliche Basis aufgelöscht!